Seit 20 Jahren moderiert Andrea Kiewel bereits den ZDF Fernsehgarten und das immer mit ausgesprochen guter Laune. Dieses Jahr muss das beliebte Live-TV-Format aufgrund des Coronavirus auf seine Zuschauer verzichten. Ganz zum Unmut von Kiwi selbst, die sich sehnlichst ihr Publikum zurückwünscht. Gerade deshalb gewährt die Moderatorin ihren Fans auf dem Instagram-Account des Fernsehgartens immer mehr Einblicke hinter die Kulissen. Auf dem neuesten Schnappschuss ist sie mit süßen Sommersprossen und wilder Mähne zu sehen und verbreitet so mächtig Urlaubsstimmung. Das kommt auch bei den Fans gut an. Schön siehst du aus. Danke für deine positive Energie jeden Sonntag. Allerliebste Grüße zurück, bist eine tolle Moderatorin und so erfrischend. Und offene Haare, Daumen hoch ist da zu lesen. Die einstige Leistungsschwimmerin zeigt sich gerne von ihrer natürlichen und entspannten Seite. Und genau für dieses strahlende Lächeln lieben sie ihre Fans.